Ich trage diese Turnschuhe, weil ich der zeugnishafte Typ bin und ich einfach von der Liebe Jesus erzählen möchte. Ich habe viel erlebt mit Gott und er hat mich befreit von Drogen, von Alkohol, von Partys, ungesunden Beziehungen und auch Krankheiten. Als ich das einmal einem Freund von mir erzählte, wollte er gleich, dass ich die Badewanne parat mache, so dass er auch getauft werden dürfte. Ich trage Turnschuhe. Welchen Schuh trägst du?